Heute erfülle ich eure Kindheitsträume und kaufe alles in dieser Abteilung, was man als Kind nie haben durfte. Und probiere es natürlich aus. Ich wollte immer diese Flugzeuge. Was sind das Dino-Ei? Diese Mikrofone gibt es auch noch. Natürlich brauchen wir auch Schleim. Wir nehmen Unicorn. Dickyballs brauchen wir auf jeden Fall auch. Oh, Mini-Skateboards. Ein Roboterfisch, der unter Wasser schwimmt. Ein stretchy Unicorn, was irgendwie komisch aussieht. Eine coole Trinkbrille durfte ich auch nie haben. Diese Stifte, mit denen man geheime Nachrichten schreiben konnte. Und jetzt kommt der spaßige Part. Mit was davon fangen wir an? Ich würde sagen, als erstes das Dinosaurier-Ei was wachsen soll. Danach schauen wir am Ende des Videos nochmal. Das Stretchy Unicorn. Guck mal, ob ich das an seinem Horn hier rausziehen kann. Wie süß. Ah, oh mein Gott. Kann man aus dieser Brille wirklich trinken? Es funktioniert. Fast so cool wie diese Stickyballs. Mal sehen, wie sticky die sind. Äh. Aha. Next up, der Robofisch. Ergeblich schwimmt der in fünf Richtungen. Oben, unten, links, rechts. Hä? Ich taufe ihn Ben und anscheinend muss man ihn einfach nur ins Wasser schmeißen. Dann schwimmt der los. Oh mein Gott, Ben schwimmt wirklich. Jetzt geht er ab. Das hier wollte ich wirklich immer als Kind. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Olli. Die Fragen aller Fragen. Kann man mit dieser Brille wirklich nach hinten gucken? Bin gespannt. Oh mein Gott. Ich kann euch sehen. Über 50% von euch haben noch kein Like dagelassen. Ich wollte schon immer wissen, was intelligente Superknete ist. Das ist 15 mal 35. Hä? Hä? Die hab ich damals alle gesammelt. Da gnüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü